Vor der ersten Inbetriebnahme laden Sie den Akku vollständig auf. Nehmen Sie den Einäpfung-Ladegerät. Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie vollständig. Legen Sie den mitgelieferten Programmschip aus der Arzneimittelschachtel ein. Schieben Sie hierzu den Programmschip vollständig in den Schlitz vorne am Einäpfung. Während der Behandlung verbleibt der Chip im Einäpfung. Wenn verschiedene Medikamente inhaliert werden müssen, muss immer der dem Medikament beigefügte Programmschip benutzt werden. Befestigen Sie die Arzneimittelkammer, indem Sie sie mit leichtem Druck aufsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Nehmen Sie den Trichter an den Griffen zwischen Daumen und Zeigefinger und setzen Sie ihn auf die Arzneimittelkammer. Geben Sie das zu inhalierende Arzneimittel über den Trichter in die Mitte der Arzneimittelkammer. Nehmen Sie den Trichter vorsichtig wieder ab. Der mittlere Bereich der Kammer sollte jetzt vollständig gefüllt sein. Setzen Sie den Deckel der Arzneimittelkammer auf. Hierbei muss der kleine Stift am Deckel in die Nut der Arzneimittelkammer geschoben werden, damit der Schnappverschluss einrasten kann. Setzen Sie das Mundstück auf. Hierbei muss das Ausatemventil über das schwarze Horn gesteckt werden und einrasten. Achten Sie darauf, dass der INAB aufrecht bleibt. Durch Drücken des grauen Einschaltknopfes vorne schalten Sie den INAB ein. Auf dem Display erscheint ein Symbol, das mit der Inhalation begonnen werden kann. Nehmen Sie den INAB in die Hand. Halten Sie den INAB waagerecht vor sich mit dem Display nach unten. Bitte setzen Sie sich aufrecht hin. Nehmen Sie das Mundstück in den Mund und umschließen Sie es dicht mit den Lippen. Atmen Sie langsam und tief durch den Mund ein und entspannt wieder aus. Es dauert ca. drei Atemzüge, bis der INAB beginnt, das Medikament abzugeben. Bei jedem Atemzug wird jetzt eine Vibration spürbar. Diese Vibration bedeutet, dass die Vernebelung des Medikaments begonnen hat und dass der INAB ihr persönliches Atemmuster erkannt hat. Die Inhalation kann mehrere Minuten dauern. Führen Sie die Inhalation so lange durch, bis der Sommer ertönt. Dies ist das Zeichen dafür, dass Ihr Medikament vollständig vernebelt wurde. Auf dem Display erscheint ein Smiley. Der INAB schaltet sich automatisch ab. Bitte reinigen und desinfizieren Sie den INAB entsprechend der Gebrauchsanweisung. ... Untertitelung des ZDF, 2020